Bei Flying Academy erwarten dich aufregende Time-Building-Pakete und Angebote. Egal ob du bereits Pilot bist, eine Ausbildung machst oder einfach nur während deines Urlaubs fliegen möchtest, bei uns findest du attraktive Preispakete, die perfekt zu dir passen. Du bist in Miami? Dann komm an Bord unserer Basis und fliege über die warmen, sonnigen Strände Floridas. Und falls du dich im Hollywood-Bundesstaat Kalifornien befindest, haben wir zwei Stützpunkte für dich. Corona und One Nice. Mit kostenloser Unterkunft nur 10 Minuten vom Flughafen entfernen und kostenlosen Flughafen-Abhol-Service bei deiner Ankunft. Alles inklusive in unseren Time-Building-Paketen. So kannst du Geld sparen und deinen Aufenthalt in vollen Zügen genießen. Wir bieten eine breite Auswahl an Flugzeugen und Flotten sowohl in Miami als auch in Los Angeles an, wo du genau das Richtige für dich auswählen kannst. Wir haben Cessnas und Pipers, ein- und mehrmotorige Flugzeuge, die auf deine Ankunft warten, um loszufliegen.